hi leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge mit unserem jäger tagari ja ihr habt es gesehen in der letzten special spezial vorher letztes jahr weil wir sind jetzt wieder im neuen jahr wir sind jetzt schon in 2009 10 zwar nicht da oben im kalender aber ihr wisst das ja wir sind ins neue land gekommen und den sommer den wüsten füchsen habe ich weiß gar nicht wie die heißen genauer wir fangen gleich mal an so hier kriegen wir was schönes neues aber das braucht man nicht ja ja teuer verkaufen 72 gold sehr schön post acht stachelblätter aus können wir machen sonst noch eine aufgabe nein wir haben auch schon mal eine aufgabe erledigt so und noch mal auf und dann wollen wir mal gucken was wir so erledigen müssen eine blume die nehmen wir auf jeden fall mit ich glaube die hatten wir noch gar nicht darum ist auch noch ein erz leute das nehmen wir auch noch mal mit ihr wisst dass ich kann nichts liegen lassen ach da unten da unten sind unsere aufgaben gut drüsen brauchen wir die sachen sollen auspressen das können wir doch machen kommen wir setzen mal unser thema wie ein fokus ich das wieder wieder nicht dass es wieder stirbt so dann angriff wir drücken meiner zeit das schnell aus ich habe den gar nicht den fokus ich muss zuerst etwas anvisieren so kommt auch ein stirbt sehr schön gut da haben wir schon zwei düsen okay da ist noch mal ein kraut das glitzert denn hier eigentlich so ein lockerer stein wollen wir mal drunter gucken okay ich muss zuerst etwas anvisieren sie können wir damit abwerfen so okay aber wir sind ja wir können ja auch schießen wir brauchen nicht unbedingt weil wir müssen unser tier heilen ich habe kein ziel für keine lust dass es gleich wieder stirbt unser sammweiß nach den herr der regngebindern von sammweiß gamji weiß gar nicht ob ich das schon mal erzählt habe aber ihr habt bestimmt schon auch mitbekommen so gehen wir gleich mal davor und hin zack wir sind noch ein paar blumen die wir auspressen können das ist sehr schön ich habe kein ziel du hast kein ziel hast du kein ziel das ist nicht toll auch ein ziel ich muss zuerst etwas anbieten ja ich weiß dass du das anbieten muss so leute aus solchen stein in hand genommen da werfen wir euch einfach mal ab schließen wir mal hin zack so die zwei aufgaben hier schnell erledigen kommen wir ja unser tier mal ein bisschen groß werden lassen habe gleich geklappt lassen wir jetzt unser tier groß werden ich brauche ein ziel sehr schön haben war ich muss zuerst etwas anvisieren eine große pflanzekraft und so an so die das haben wir erledigt das ist sehr schön auch mal heilen und hier ist voll gehalten so dann werden wir noch schnell ein paar pflanzen aus klatschen das sind die da habe ich gar nicht drauf ach ja jetzt kommt es jetzt kommt ich musste erst etwas an wie sie jetzt kommt das wollen wir nicht angreifen so wusste noch aus dem pressen hier vorne und da die können wir pressen genau die können wir pressen gucken wir mal wo es noch was gibt hier nicht der tag noch mal hier weiter unten die haben wir schon da ist eine aufgabe gehen wir mal hin hallo sonst tut das nämlich niemand habt ihr was für mich rettet die dünnen geben und alles was wir brauchen ok hier sagen wir noch was retten pressen müssen wir auch noch dicht dahinten ist was zum pressen gerettet da hinten hätten ist auch noch ein ernst das wollen wir uns auf jeden fall auch ich hätte nur auch hier dürfen wir noch einmal pressen gleich das hat sich anpressen als wir hier ein kind kriegen so quetschen nicht pressen schuldigung wir quetschen ja so das ärzte aber auch mit sehr schön jede menge herz haben wir schon auch hier sind zwei und ihr macht gleich zwei gezählt oder ok da liegt gleich das nächste wie heißt das eigentlich so beliebt dies ich weiß gar nicht was ist denn aus wie kleine katzen kleine frettchen können wir mal schnell laufen machen das war klaus wir angegriffen werden da kommen her jetzt haben wir es mal los und jetzt gehen wir mal hier kurz action weg mit euch wollen wir nicht so haben wir oder ein bisschen zu viel angegriffen egal und das haben wir es regelt das schon sehr schön so leute und haben wir und machen aber noch ein der liegt hier vorne und dann haben wir die aufgaben erledigt da können wir so direkt abgeben so die karte noch nicht geladen so jetzt bringen wir erst mal dass sie unten weg so die war hier vorne genau hinter der düne dann geht da ein weg gleich nach da oben auch noch so was er ist natürlich auch mit weiß gar nicht was mit den ganzen ärzt machen soll könnt mir meine kommentar schreiben als verkaufen soll oder einfach mal behalten ja ich muss das blümchen holen entschuldigung er läuft schon mal ein ich komme gleich die blume von denen habe ich noch kaum welche so und dann gehen wir jetzt mal schnell nach oben guck mal welche folge aufgabe wir bekommen und was wir als nächstes erledigen müssen oder wem wir als nächstes erledigen müssen das ist hier die frage ich kenne diese dünen besser als jeder andere so nein wollen wir nicht der sand verschluckt die verschwenderischen ach ja 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 hier die medizin für kaya wo sind wir ja nicht mal für euch tun sucht die abschutzstelle und den ok niemand verdient es entspannt geschickt zu werden geben uns alles was wir brauchen ja klar kommen wir zurück aber erstmal holen uns das ärzte da steht glaube ich eher im weg oder ja kommt muss näher heran so da ist noch was war kommen das holen wir uns auch das holen wir uns auch und dann gucken wir mal die absturzstelle ob wir da noch überlebende finden so kommen sehr schön und jetzt auf geht's wir machen wir kurz das hier weg sind das jetzt noch die aufgaben für das land im moment leute ich wollte mal genau genau wenn man nun mal die aufgaben hier mir zeigen dass ein kräuter kunde das ist auch in dem land hier das muss ich noch einmal kurz machen so absturzstelle das soll hier irgendwo sein da ist was hier 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 da liegt was hier in einem käfig mit einem dutzend anderer verband auf dem weg in die sande wo wir den rest unserer tage verbringen das nicht mehr viele sein dürften an der drückenden hitze merke ich dass wir fast da sind ok weiter suchen hier ist noch mal ein ernst das nehmen wir noch mal mit ein schlangen kopf ein schlangen kopf so leute gucken ob wir hier noch mal was finden von den schlangen kopf können wir mal ein foto machen und schieß nochmal schieß so zack weiter geht's oh da ist ein nächster hinweis wir müssen hier durchgereist sein auf jeden fall ja die sonne ist hinter den dünnen untergegangen da lässt die hitze endlich nach die so viel wahnsinnig macht einer von uns hat einen Hitzschlag bekommen und etwas von einem Tempel im Süden gefaselt der verbannte aufnimmt der wird die nacht wohl nicht überstehen ok der armer oh hier gibt's Aufgaben guten tag ja komm ach ja die handeln ja immer seit schnell und seit clever was wollt ihr denn von mir füttern kommen dann töten wir die schnell auch schnell die aufgaben mit du kannst auch gleich kommen dich holen wir auch noch dazu die kotzen ja was denn los mit denen haben sie was gegessen ich brauche ein ziel so essen die was ja die essen was russale gefüttert ja jetzt wird's angezeigt sehr schön so da kommen die mit denen können wir die auch füttern oder so dann kommt mal mit wir wollten noch erstmal die hinweise finden wir sind da aber da können wir euch direkt mit erledigen wenn ihr uns hier schon auf dem weg vorbeiläuft nehmen wir euch gleich mit und zack ich musste erst etwas anvisieren so sehr schön komm auf mountain die zählen zum beispiel schon nicht mehr hier müsste noch vielleicht ein zwei hinweise liegen ok die vögel sind weg kommen sie jetzt wieder da kommen sie wieder da kommen da kommen noch mal schnell erst die vögel was müssen wir hier machen ich muss man auch töten da kommen dann töten euch auch gleich aber die bussade essen euch nicht ne schade kommt her ihr habt doch gar keine chance ihr komischen schlangen menschen ich habe kein ziel sehr schön aber erstmal wollten wir jetzt die bussade füttern das werden wir auch schnell erledigen da ist noch ein hinweis wieder oder was wir finden müssen sehr schön na guck an ich bin außer reichweite zack ein fest mal für eure sinne ihr bussade zack haben wir sehr schön weiter geht's ich brauche ein ziel ich habe kein ziel oh 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 god oh 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 das nehmen wir auf jeden fall auch noch mit so die bussade sind gefüttert das ist schön da können wir gleich die nächsten aufgaben abschließen aber überhaupt jetzt haben wir noch angegriffen die machen wir noch schnell fertig ich mache noch schnell fertig unser tier heilen so leute aber wenn ihr wissen wollt wie wir weiter weitere hinweise sammeln in der nächsten folge schaltet wieder nächste woche ein zu einer weiteren let's play folge ww mit unseren horde jäger das würde mich freuen und lasst mir bitte feedback und kommentare da bis nächste woche tschüss